Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Unboxing und Review. Heute zum Rode NT-USB. Dies ist mein erstes Unboxing bzw. Review bzw. überhaupt YouTube-Kommentar. Also sollte ich irgendwas falsch machen oder besonders richtig machen, sagt mir ruhig Bescheid. Dann mache ich das gerne weiterhin richtig bzw. ändere das im nächsten Video. Das Rode NT-USB oder Rode NT-USB ist ein USB-Kondensatormikrofon mit eingebautem Audiointerface über USB. Damit ist es möglich auch ohne Mischpult Sound aufzunehmen und direkt auf den PC zu übertragen. Es hat einen Frequenzbereich von 20.000 bis 20.000 Hz, einen Grenzschalldruckpegel von 110 dB SPL und einen Dynamikumfang von 96 dB. Damit errechnet sich ein Grundraute von ungefähr 14 dB, was für ein USB-Mikrofon eigentlich recht wenig ist, wenn man so den Vergleich zieht zu anderen. So, was wir als erstes sehen, ist das Mikrofon und rechts daneben der Mikrofonständer, der gleich mitgeliefert wird. Hat man in der Preisklasse auch nicht überall. Da sieht man jetzt schon, das Mikrofon hat vorne drauf auch den Pop-Schutz. Und damit dieser nicht beim Transport irgendwie nach hinten biegt oder so, weil der direkt an das Mikrofon schon angeschlossen ist, ist da noch so ein kleiner Schaumstoff dazwischen. So, jetzt sieht man auch schon die beiden Regler. Der obere, das ist im Prinzip der Regler, um den Ingame- oder den Computersound mit dem Sound vom Mikrofon abzumischen. Und der untere Regler ist für die Lautstärke am Kopfhörer. Um die Abmischfunktion zu benutzen, legt man das Rode-Anti-USB als Wiedergabegerät fest und hört dann das Resultat auf den Kopfhörerausgang am Mikrofon direkt. Das ist nur der Ständer. Ja, ist ein Plastikständer, tut aber seinen Zweck. Ein 6 Meter USB-Kabel ist dabei. Ich persönlich brauche keine 6 Meter, aber ist nice to have, wenn man damit irgendwie unterwegs ist. Außerdem so eine schöne Ledertasche, von innen schön gepolstert und mit einer kleinen Gebrauchsamweise und einem I Love Road-Sticker drin. Jetzt montieren wir das Mikrofon einfach auf dem gelieferten Dreibein. Einfach dran drehen, man sieht, wenn man zurückdreht, löst sich das wieder, also es ist ganz normales Gewinde. Innen drin, in dieser Halterung, die am Mikrofon befestigt ist, ist sogar noch ein Adapter auf ein kleineres Gewinde. Je nachdem, welchen Ständer man hat. Jetzt positioniert man das noch so, dass das Mikrofon da ist, wo die beiden kurzen Beine sind und dann kann man es aufstellen und es steht eigentlich recht sicher. So, jetzt schließe ich das einfach mal an. Ich schließe es jetzt erstmal an meinem Mac an. Ich gehe ganz einfach, USB-Kabel hinten reinstecken in das Mikrofon. Unten, wo bei anderen Mikrofonen normalerweise XLR-Anschluss ist. Und die andere Seite des USB-Steckers in den Laptop. Ja, das Mikrofon wird ohne zusätzliche Treiber erkannt. Und man kann es dann in den Musik- oder in den Toneinstellungen dann einstellen. Als Ausgabe- und Eingabegerät auswählen. Ich denke mal, das ist so der Nachteil, wenn man es hier erst filmt und dann vertont. Ich habe den Gag eingebaut und habe das dann tatsächlich vergessen, dass ich den eingebaut hatte. Und gerade war ich dann so ein bisschen verunsichert, was ich dann genau sagen wollte oder machen wollte. Keine Ahnung. Ich habe jetzt einfach die Reaktion, die dann auch tatsächlich war, drinnen gelassen. Da ich denke, dass es am besten passt zu dem kleinen Gag oder so. An Windows ist die Konfiguration ähnlich einfach. Da kann man jetzt auch die Wiedergabegeräte auswählen. Und dann wird dann auch schon das Rode NT-USB angezeigt. Ich habe es schon als Standard, weil ich gerade, wie man vielleicht sieht, in Audacity bereits live aufnehme. Also das, was ihr hört, ist das Unbearbeitete von dem Rode NT-USB, was ich direkt in Audacity aufnehme. Und reinschneide. Also ich habe es hier als Lautsprecher eingestellt. Damit kann ich mir dann den ganzen Ingame-Sound über das Mikrofon, über das Interface da drinnen, auf meine Kopfhörer, die ich im Mikrofon angeschlossen habe, übertragen. Somit habe ich dann den ganzen Ingame-Sound, alles Mögliche, am Kopfhörer über das Mikrofon. Und natürlich auch das Mikrofon hier. Oh, das ist doch das wunderschöne G-130. Das kann man gleich auslöschen. Bödes Ding. Das Rode NT-USB als Standardgerät eingestellt. Und dann kann man noch den Pegel festsetzen. Ich habe ihn jetzt auf 82. Das ist ein relativ, ja, guter Wert bei mir. Kommt darauf an, wie laut ihr sprecht, beziehungsweise wie nah ihr am Mikrofon dran seid. Und ich würde sagen, die Qualität ist gar nicht so schlecht. Ich persönlich werde es jedoch dennoch nicht behalten. Das werdet ihr vielleicht später noch sehen im Kanal. Ich bin einer, der gerne bastelt, wenn er sich denn die Zeit dafür nimmt. Und bei dem USB-Mikrofon ist es einfach so, das geht eins zu eins in den Rechner rein. Das heißt, man kann das dann höchstens noch nachbearbeiten. Oder man findet irgendwie ein Programm, was sich zwischen Treiber und der Aufnahmesoftware reinmacht. Denn ansonsten ist es wirklich eins zu eins dann da. Und bei einer Hardware-Lösung mit Mischpult und XLR-Mikrofon hat man a die Sache, dass wenn irgendwas kaputt gehen kann, man das dann einzeln austauschen kann und nicht wie bei einem USB-Mikrofon eine gesamte Sache hat, die dann defekt ist. Und auf der anderen Seite habe ich dann ein Mischpult, was ich wahrscheinlich auch noch bald reviewen werde, so viele kleine schöne Regler, wo ich die Bässe, die Mitten, die Höhen einstellen kann. Mein Mikrofon hat sogar noch so eine Art, was nennen wir es mal, eine Art Kompressor. Und ja, einfach schöne kleine Sachen zum Rumspielen, die ein USB-Mikrofon halt nicht hat. Ist jetzt nicht so, dass man das unbedingt braucht. Man sieht ja, es läuft wunderbar. Aber ja, ich wollte es halt so. Gut, also um das Ganze mal zusammenzufassen. Wir haben mit dem Rode Anti-USB ein wunderbares Paket, mit dem man sofort anfangen kann. Also es ist ein Popschutz dabei, der eigentlich ganz gut ist. Es ist ein Dreibein dabei, was relativ sicher steht. Es ist ein USB-Kabel dabei. Das heißt, man kann das Ding kaufen, auspacken, direkt anschließen und sofort aufnehmen. Das geht mit einer Lösung wie mit Mischpult und so weiter nicht so einfach. Vor allem ist es auch nicht so portabel. Ja, und mit 160 Euro habe ich bezahlt bei Amazon. Aber dadurch, dass die UVP etwas höher liegt, ist es so, dass die Preise immer so mal ein bisschen schwanken. Also ja, als ich das letzte Mal geguckt habe, das war zwei Tage nach meinem Kauf, da hat es schon 163 Euro gekostet. Wenn ihr es haben wollt, ich kann es an sich empfehlen. Es hat eine gute Qualität. Meine Stimme ist vielleicht einfach nicht die beste. Ich weiß nicht. Aber wer damit einsteigen möchte und sich gleich etwas einigermaßen ordentliches holen möchte für den Einstieg, dem zum Beispiel das T-Bone SC440 USB nicht reicht und auch das 450 nicht, der ist mit dem Rode Anti-USB sehr gut bedient. Und ansonsten gibt es noch das Audio-Technica NT2020 USB, was an sich auch sehr gut ist. Die Sache ist bei den Dingern, es sind Kondensatormikrofone. Sie nehmen sehr gerne die Umgebungslautstärke drauf auf. Also wenn ihr einen lauten Rechner habt, dann wird man das merken. Und außerdem ist es so, dass die, wie man vielleicht hört, einen sehr klaren Klang haben. Das heißt, man ist nicht unbedingt der Radiomoderator, wenn man hier dran spricht und eine Kinderstimme hat. Also es hat schon diesen Effekt, dass wenn man näher rangeht, man mehr Bass in der Stimme hat. Aber man sollte das jetzt nicht unbedingt als Grundvoraussetzung setzen, denn ansonsten wird man eventuell beim Rode Anti-USB enttäuscht, da sich der Effekt doch in Grenzen hält, beziehungsweise bei anderen Mikrofonen deutlich stärker ausgeprägt ist. Sagen wir es mal lieber so. Naja, das war es erstmal mit meinem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann sagt mir das bitte auch. Links sind in der Beschreibung. Bis dann und viel Spaß.